In diesem Tutorial werden wir uns eine kurze und schnelle Methode für das Gauss-Verfahren anschauen. Diese Methode ist nicht für Anfänger gedacht. Es richtet sich an Schüler bzw. Studenten, die das Gauss-Verfahren bereits grundsätzlich kennen und das Ganze ein bisschen schneller rechnen wollen. Bevor wir uns das Ganze anhand von ein paar Beispielaufgaben anschauen werden, wollen wir zuerst aber die Vorgehensweise klären. Wir haben hier ein 3x3 lineare Gleifsystem. Das bedeutet 3 Zeilen und 3 unbekannten. x1, x2 und x3. Zur Erinnerung, bei dem Gauss-Verfahren geht es hauptsächlich darum, die sogenannte Stufenform hinzubekommen. Das bedeutet, alle Stellen unter dieser Stufe sollten 0 sein. Um das Ganze möglichst schnell gelöst zu kriegen, ist es sehr wichtig, dass man auf die Reihenfolge achte, indem man diese Nuller erzielt. Das heißt, zuerst wollen wir an dieser Stelle hier eine 0, dann an dieser Stelle und im letzten Schritt an dieser Stelle eine 0. Alternativ, wenn die Zahlen bei x3 allerdings besser passen als bei x2, kann man auch hier eine 0 erzielen. Wichtig ist nur, dass man in der letzten Zeile zwei Nuller hat. Wenn ihr diese Reihenfolge beachtet, werdet ihr dann auch sehr schnell erkennen, dass jeder lineare Gleichsystem dieser Art in genau zwei Schritten lösbar ist. Noch ein Hinweis an dieser Stelle. Vor allem dann, wenn man in Eile ist, sind die meisten Fehler bei dem Gauss-Verfahren natürlich Rechenfehler. Um das zu vermeiden, empfiehlt sich die Zeilen immer zu addieren, statt voneinander abzuziehen. Der Grund dafür ist natürlich ganz einfach. Addieren ist für das menschliche Gehirn einfacher als substrahieren. Und jetzt schauen wir uns natürlich zwei Beispielaufgaben an. Also, zur Erinnerung, in erster Reihe muss man festlegen, wo man die Nuller braucht. Und hier ist die sogenannte Stufenform, die wir erreichen wollen. Und wir haben schon vorher geklärt, zuerst muss diese Zahl hier weg oder dieser Term hier weg. Dafür multipliziere ich natürlich die erste Zeile mit minus zwei und addiere sie, wie bereits besprochen, mit der zweiten. Also, die erste Zeile wird dann unverändert übernommen. Diese Multiplikation passiert eigentlich nur im Kopf. Dadurch können wir auch vermeiden, dass die Zahlen irgendwann mal zu groß werden. Also, ich schreibe hier nur ab. Und dann stellen wir uns alle Koeffizienten der ersten Zeile mal minus zwei genommen. Also, minus zwei plus zwei sind natürlich Null. Dann habe ich oben minus zwei und unten minus eins sind minus drei x2. Dann minus zwei mal vier sind minus acht. Und nochmal minus eins sind minus neun x3. Und minus zwei mal null sind null, plus drei sind natürlich drei. Damit wir jetzt keine Zeit verschwenden, werden wir im gleichen Schritt auch nochmal hier eine Null hinbekommen. Also, bei diesem x1 in der dritten Zeile. Und dafür werden wir jetzt die erste Zeile einfach mal minus eins nehmen. Also, mal minus eins und addiert mit der dritten. Dann haben wir oben minus x1 plus x1 ist natürlich eine Null, dort wo wir wollten. Dann minus x2 plus vier x2 sind natürlich drei x2. Dann minus vier plus sieben sind natürlich drei x3. Und minus eins mal null sind null, plus drei sind wiederum drei. Okay, wenn wir uns jetzt die Stufenform vorstellen, dann stellen wir leicht fest, dass wir nur noch hier an dieser Stelle eine Null brauchen. Und dafür müssen wir nur noch die letzten zwei Zeilen miteinander addieren. Bevor ich das mache, noch einen kleinen Hinweis an dieser Stelle. Wenn ihr in der ersten Spalte bereits zwei Nuller habt, dürft ihr für das Gauss-Verfahren die erste Zeile nicht mehr benutzen. Sonst habt ihr das alles umsonst gemacht. Also denkt daran, bei diesem letzten Schritt stehen euch nur die letzten zwei Zeilen zur Verfügung. Also für uns bedeutet das, wir schreiben die ersten zwei Zeilen unverändert ab. Plus vier x3 sind gleich null. Dann die zweite Zeile lautet null minus drei x2 minus neun x3 ist gleich drei. Und jetzt addieren wir die letzten zwei Zeilen. Also hier hatten wir schon eine Null. Hier kommt die nächste Null. Minus neun plus drei sind natürlich minus sechs x3. Und auf der anderen Seite drei plus drei sind natürlich sechs. Wie ihr jetzt erkennen könnt, ist die Stufenform reich. Und zwar wie versprochen nur in zwei Schritten. Daran erkennt man, dass dieser lineare Gleichsystem eindeutig lösbar ist. Und natürlich wollen wir auch noch die Lösung bestimmen. Also wir gehen von unten nach oben, schnappen uns zuerst die letzte Zeile hier an der Seite und sagen minus sechs x3 ist gleich sechs. Dann teilen wir natürlich durch minus sechs und haben für x3 minus eins. Das wäre dann unsere erste Lösung. Dann können wir diese Lösung in die zweite Zeile einsetzen und damit noch x2 bestimmen. Also minus drei x2 minus neun mal minus eins sind gleich drei. Minus neun mal minus eins sind neun. Auf die andere Seite gebracht sind das wiederum minus neun. Also haben wir minus drei x2 sind gleich minus sechs. Geteilt durch minus drei. Somit ist x2 gleich zwei. Das wäre unsere zweite Lösung. Und die letzte Lösung für x1. Dafür setzen wir diese zwei Lösungen, die wir schon haben, in die erste Zeile. Und haben natürlich x1 plus x2, also plus zwei. Und dann plus vier mal x3, vier mal minus eins sind gleich null. Also zwei minus vier sind minus zwei. Die bringen wir rüber mit plus zwei. Und damit haben wir auch die letzte Lösung. x1 ist dann zwei. Damit kein hier langweilig ist, habe ich mich entschieden, bei der zweiten Beispielaufgabe mal was anderes zu zeigen. Und zwar eine oft nützliche Sache im anwendungsorientierten Bereich. Wie zum Beispiel bei Funktionsgleichung aufstellen. Also, wenn wir uns dieses lineare Gleichsystem ein bisschen genauer anschauen. Und so wie vorher besprochen versuchen würden, auf der linken Seite die Stufenform hinzubekommen, dann merkt ihr ganz schnell, dass die Zahlen diesmal nicht so vorteilhaft sind. Also das wird dann zu relativ komplizierter Rechnungen. Aber wir müssen die Stufenform nicht auf der linken Seite hinbekommen. Wir können es auch das Ganze ein bisschen spiegeln. Und es auf der rechten Seite hinbekommen. Das heißt, wenn wir die rechte Seite ein bisschen näher betrachten, dann solltet ihr schon erkennen, dass eine Null an der richtigen Stelle steht. Und wir halten uns jetzt an der gleichen Reihenfolge wie vorher. Also wir wollen erstmal hier bei x3 eine Null hinbekommen. Dann die zweite Null haben wir ja schon. Und dann muss nur noch das x2 hier unten weg. Dafür benutzen wir natürlich wieder Additionsverfahren. Also ich multipliziere beispielsweise die erste Zeile mit minus 1 und nantiere sie mit der zweiten. Dabei schreibe ich natürlich wieder die erste unverändert vorerst ab. 2x2 plus x3 sind gleich 2. Und jetzt geht es los. Oben haben wir minus 4, unten plus 9. Das ergibt natürlich dann 5x1. In der zweiten Zeile haben wir dann minus 2 plus 3 sind einfach nur x2. Minus x3 plus x3 ist natürlich die gewünschte Null. Und die hinteren Zahlen minus 2 plus 1 sind minus 1. Da die nächste Null eigentlich schon vorhanden ist, kann ich jetzt die dritte Zeile einfach abschreiben. Also 6x1 plus x2. Hier ist schon eine Null und hier wieder eine Null. Als nächstes wollen wir nur noch hier an dieser Stelle eine Null. Und dafür könnten wir zum Beispiel die zweite Zeile mal minus 1 nehmen und mit der dritten Zeile addieren. Dabei werde ich jetzt die ersten zwei Zeilen allerdings unverändert wieder abschreiben. Also plus x3 ist dann 2. Und die zweite Zeile lautet dann 5x1 plus x2. Hier ist eine Null. Ist gleich minus 1. Und jetzt multiplizieren wir die zweite mit minus 1 und addieren es mit der dritten. Dann habe ich in der zweiten Zeile minus 5x1 plus 6x1 ist natürlich nur noch x1. Hier an dieser Stelle haben wir eine Null. Genau das was wir haben wollten. Und am Ende minus 1 mal minus 1 ergibt 1 plus 0 ist natürlich 1. Und damit ist die Stufenform erreicht und wir können gleich mit der Bestimmung der Lösung loslegen. Also in der letzten Zeile steht eigentlich schon die erste Lösung. Ich schreibe es auf der rechten Seite. x1 ist einfach 1. Dann können wir das wieder rückwärts einsetzen. Zuerst sind die zweite Zeile. Wir haben dann 5 mal x1. Also 5 mal 1 plus x2 ist gleich minus 1. Die 5 können wir rüberbringen mit minus 5. Und dann haben wir für x2 minus 6. Und diese zwei Lösungen hier setzen wir in die erste Zeile. Und bestimmen noch x3. Also wir haben erstmal 4 mal x1. Das bedeutet 4 mal 1. Plus 2 mal x2. Also 2 mal minus 6. Plus x3 sind gleich 2. Dann fassen wir die Zahlen links zusammen. 4 minus 12 sind minus 8. Auf die andere Seite gebracht ist das plus 8. Und somit haben wir für x3 10. Und das war die letzte gesuchte Lösung. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Natürlich habt ihr gemerkt, dass die Grundlagen des Chaosverfahrens für diesen Tutorial auch von Bedeutung waren. Und in diesem Zusammenhang gibt es natürlich noch andere Themen, die zum Beispiel für die Abiturprüfung von Bedeutung sind. Wie die Lösbarkeit linearer Gleichungssysteme, lineare Gleichungssysteme mit Parameter oder im Abhängigkeit von Parameter zu lösen. Aufstellung von Funktionsgleichungen mit Hilfe von Lineargleichungssysteme und bei der Vektorgeometrie natürlich die gegenseitige Lage von Ebenen. Wenn Bedarf Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.